... Fahrzeuge im Sortiment. Vielleicht fährst du einfach mal vorbei. Im ganzen Land gibt es 510-Tuner, die sich auf verschiedene Ausstattungen interessiert haben. Ich wäre gerne ein Ansatz, um die Tuner zu müssen. Aber jetzt hol dir erstmal deinen Straßenflitzer. Warten mit Straßenausstattung sind kaum modifiziert. Sie sind für Renten auf normalen Straßen ausgerichtet. Die typische 510-Schleuderheben. Geht es um Fahrtenkler durchs Namen, solltest du die Straßenausstattung wählen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017